so hi da wären wir zu ja dark souls remastered hallo ja nicht der online tester sondern das vollwertige spiel wie ihr seht ich bin oben im offline modus das liegt daran ich habe das teil ein bisschen sehr viel früher bekommen und ich nehme jetzt schon auf also online werde ich schon noch spielen aber momentan hier ich kann so zeigen dass ich mir auch glaubt nur anmelden bei dark souls remastered spielservern und ja nein demnach ja neues spiel und das würde ich gerne tacken so dass man alles ein bisschen runter schauen wenn es zu leise ist stimmen möchte ich lauter dann sagt mir bitte auf jeden fall bescheid aber musik und effekte mache ich meistens immer ein bisschen leiser weil sonst ist es zu laut wenn ich was sammeln und so und aber wenn sie nicht passen einfach melden und dann kriegen wir schon hin ja okay naja war schon gut charaktererstellung werde ich immer kurz schneiden wer es sehen will ich habe schon mal einen boxer zu dark souls 1 gemacht von der erstellung her ist es ziemlich identisch natürlich wird es wieder eine maya werden weil let's play und überhaupt unter und als klasse muss ich ja ja erkläre ich ja noch frisur und so krieg sind wir sehen uns dann gleich wenn ich mit der charakterstellung fertig bin wie gesagt charakterstellung sind im ganzen zum beispiel im box also bis gleich so da wären wir wieder und ich bin fertig mit der erstellung also ja was ich halt auf die schnellste zusammenbekommen ob bin ich eigentlich ganz zufrieden mit mit haarknoten ähm generalschlüssel nämlich natürlich wieder als anfangsgegenstand alles andere naja nicht so geil alte hexen wir vielleicht noch interessant aber sonst kann man schon so lassen möchte ich meinen das beste was man dann eben aus der axels 1 rausholen können okay ruf geht's in the age of anciens the world was unfold shrouded by folk a land of gray krags archtrees and everlasting drücken but then there was fire and was fire came disparity heat heat and cold life and death and of course light and dark then from the dark they came they came and found the souls of lords within the flame and found the souls of lords within the flame the witch of israeli the witch of israelith the witch of israelith and her daughters of chaos the witch of israelith Gwyn the lord of sunlight and his faithful nights and his faithful nights and the furtive pygmy so easily forgotten with the strength of lords they challenge the dragons Gwyn's mighty lords peeled apart their stone schemes The witches weaved great firestorms Nito unleashed a miasma of death and disease. And Seath, the Scalus, betrayed his own. And the dragons were no more. Thus began the Age of Fire. But soon the flames will fade and only dark will remain. Even now there are only embers. And man sees not light but only endless lights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. The Fly and Alec... Holy shit. The intro looks so good. Yes... I know, I know! A few are here. Ja, das stimmt. Das Ende des Weltes. Hi, Maya. Das ist dein Geist. Was ich sagen wollte, war natürlich hier, klar, ich hab ordentlich Dampf am Networktest abgelassen, berechtigt. Und was mich nur ankurzt ist, ich mach die ganze Scheiße hier jetzt schon seit sieben Jahren. Und dann gibt's Leute, die mir erzählen wollen, dass es ja gar nicht so ist und bla bla. Leute, ich mach das sieben Jahre lang. Ernsthaft. Und ich hab Dark Souls 1 von noch gar nicht so langer Zeit gespielt. Ich werd den Unterschied wirklich merken. Das ist einfach was, das merkt man, wenn man spielt. Oh, das sieht aber schön aus. Es kann auch sein, dass einfach nur die Prefixes im Network, das ist ziemlich kacke geworden. Aber ich mein, hier, es spielt sich schon deutlich ein bisschen zackiger, möcht' ich meinen. Fein. Ah, gut, ja, alle Doppelsprung auf Kreis. Weil ich hab ja vornehmlich größtenteils Dingens gespielt. Schwarzer Ritter und da war das teilweise, ich weiß nicht, das war nicht so fein. Und hier, man sieht's ja, es reagiert ein bisschen besser. Das gefällt mir schon mal. Also schon mal Pluspunkt. Yeee, es schaut geil aus. Das, ja, ist wirklich so. Und, ähm, wegen der Waffe, ne, hab ich... Oh, hey, Trophäe, juhu, entfacht. Seht ihr nicht, ich seh's. Soll ja nicht stören. Deswegen. Ähm. Wie schaust du denn schon wieder aus? Ein bisschen was wie ein Koala. Ich mein, okay, wie so ein Brandopfer-Koala. Hier und da und die Nase fällt ein bisschen, fall' immer auf die Tür gelaufen. Kann passieren, aber hey. Ja. Schauen wir mal. Na, wen haben wir denn da oben? Schaut nicht schlecht aus. Knackig scharf die Texturen. Ah. Einer meiner Kritikpunkte. Der Rückschritt ist jetzt deutlich weiter als mit dem Network-Test-Char. Gefällt mir. Finde ich gut. Ja. Na, aber das sind halt so Dinge, denke ich mir echt so... Hab ich... Vielleicht sind sie neu auf dem Channel oder keine Ahnung, aber ich mach das schon wirklich ne ganz ne lange Zeit. Ich brauch da keine, äh... Software, die mir das dann in Punkten anzeigt, wie und was denn überhaupt. Nee, das hat man einfach im Gefühl, das merkt man einfach, wenn man sich so lange Zeit mit was befasst. Man könnte sagen, das ist Berufserfahrung. Doch, ich glaub, Berufserfahrung hilft's wohl am besten. Hi, Oskar. Ah, dat müssen wir unbedingt noch anpassen. Ähm, doppelt machen wir mal Winke, Winke. Äh, nach rechts ist Verbeugung, das ist okay. Nach links ist deuten nach oben. Äh, du betest mal, weil ich das so will. Okay, auf geht's. Super. Achso, ja, und ich muss ja anmerken, nach sieben, acht Jahren Erfahrung ungefähr, ja, doch, ne, 2009 hab ich mir damals Demon's Souls bestellt. Ja, verflucht. Das ist ja schon mal noch ne ganze Kante länger. Na, das muss ich üben. Komm noch mal. Besser. Ich mein, klar, ich bin ein bisschen eingerostet, hier und da, alles kann ich auch nicht mehr, ne? Aber das Nötigste geht natürlich. Und einiges merkt man halt einfach. Schick. Schick. Schicke Deckenbeleuchtung. Oh, 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 you. You're no horror, thank goodness. I'm done for, I'm afraid. I'll die soon, then lose my sanity. I wish to ask something of you. You and I, we're both undead. Hear me out, will you? Hmm. Regrettably, I have failed in my mission, but perhaps you can keep the torch lit. There's an old saying in my family. Thou who art undead art chosen. And thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringest the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know. Well, now you know. And I can die with hope in my heart. Oh, one more thing. Here, take this. an ester's flask. An undead favorit. Okay. Oh, and this. Now I must bid farewell. I would hate to harm you after death. So go now. And thank you. Now I must bid farewell. Ist klar, wir gehen ja schon. Und tot. Ja, das meine ich halt eben. Ich meine, klar, es kann schon sein, dass hier und da, das ist schon, aber das ist halt einfach Sachen, die hat man einfach im Gefühl. Ich habe das ja schon so oft gemacht. geschweige denn von den zigmalen, wie ich es schon jetzt als Video aufgenommen und überhaupt, das bleibt einfach hängen. Und ich weiß schon, von was ich rede. Ich mache ja genug mit den Spielen. Hola. Hallo. Die Rüstungsgeteile sind echt nett. Gefällt mir. So, dann gehen wir mal hier einen dicken Dämon über das Knie legen. Ja, immer so richtig ordentlich. Hi. Bam. Bam. Oh, hi. Scheiße, das tut ja richtig weh. Hey, jetzt habe ich aber Angst. Ding. Stell auf, komm. Nicht so lange beten, das ist der gar nicht wert. Ich muss was testen. Ich muss auch was nachsehen. Schick. Sehr schick. Gefällt mir. Also, das ist jetzt echt ernsthaft gemeint. Ihr wisst, also, wenn jemand bei mir hier den Wok so geschaut hat und so, der weiß, ich mag diese Landschaft und verdammt. Wir haben es echt. Klar, es ist immer noch nur eine Tapete. Natürlich ist es nur eine Tapete. Aber es schaut gut aus von der Tapete. Es ist eine hübsche Tapete, ja? Eine schöne Tapete. War hier nicht was? Ne, ja doch, 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 ne? Hier. Gebt mir mal hier die verrußte Tapete. Äh, Seele, äh, ihr wisst schon, was ich mein. Rabe, Krähe, schwarzer Vogel. Only in the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen to leave the undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient Lords. Lordran. Ja, ja, gut old Lordran. Da war es noch Lordran. Später war es ja dann hier Lothric. Benannt nach diesen komischen Lappen von Prinzen. Er ist seinen eigenen Bruder für Krüppeler, die Flachzange, die Blöde. Da war die Welt noch schön. Da war alles noch gut. Nun denn, es ist eine Weile her, ne? Es ist eine Weile her. Ah, in Lordran steige auf und entfache Leuchtfeuer. Entschuldigt, ja. Hi, na? Auch an ihm hier, man sieht richtig jetzt jede einzelne Masche der Rüstung. Das ist auf Konsole neu. Ja, ja, wenn PC spärbar ist, das mag schon sein, keine Ahnung. Ist mir auch egal, wenn ich ehrlich bin. Meinetwegen konnte man sogar seinen Popel in der Nase erkennen, das weiß ich nicht. Das ist mir egal. Hier sieht es jetzt toll aus. Vielleicht. Ach. Ach. Ich hätte es besser gemacht, in den Un-Dead Asylent. Woh. Es ist zu lange, jetzt. Ah, weil du hier bist, ich helfe dir. Es gibt eigentlich zwei Bellen von Awakeningen. Eine oben, in den Un-Dead Church. Die andere, in den Ruinen, in der Basel-Blight-Town. Ringen sie beide, und etwas passiert. Das ist, dass du hierher gekommen bist. Es ist, dass du hierher gekommen bist. Es ist, warum du hierher gekommen bist, nicht wahr? Zu dieser kursiven Land, den Un-Dead? Hahaha. Er geht mir immer noch ziemlich auf den Zeige. Ich mache den damals schon nicht. Ah, aber es ist auch ganz fein, dass man den mal wieder sieht. Okay, ähm. Kann ich leveln? Natürlich. Hauptsache ein bisschen Seelen verpulvern. Denn wir gehen jetzt erstmal nach unten. Weil wir haben uns am Anfang den Generalschlüssel genommen. Und wenn wir den Generalschlüssel haben. Hi Anastasia. Ähm. Dann. Ähm. Gehen wir erstmal natürlich hier ein bisschen Klamotten farmen. Und zusammentragen. Und überhaupt. Und. Ja. Hey. Und wir haben dann direkt einen First Look hier in. Schandstart. Wo sich da alle so drauf freuen, ne? Schandstart. Schandstart? Schandstart. Okay. Flup. Ich bitte zu entschuldigen. Sollte ich vielleicht etwas Scheiße bauen. Wie gesagt. Es ist eine Weile her. Aber ich denke, ich müsste es hinbekommen. Spätestens in zwei, drei Folgen bin ich wieder voll bei der Sache. Und. Ja. Kriegen wir schon hin. Was haben wir denn hier? Bisschen wie ich. Gib mir mal den Panzerbrecher. Ist es nicht zufällig hier? Kann ich nicht führen. Aber bald. Aber bald. Ich muss nur kurz noch den ganzen NPCs Hallo sagen. Ich meine, hey. Es schaut doch schon deutlich besser aus. Ich finde es so schade, dass man Neulondon nicht in anderen Teilen gesehen hat. Hi, Rickert. Zu ihm kommen wir noch. Also keine Sorge. Mit ihm werden wir noch reden. Aber jetzt nicht. Sondern ich muss jetzt hier erstmal ein bisschen meine Scheiße zusammentragen. Und dann. Ja dann. Ja dann. Dann kommen wir zu dem irgendwann mal. Ganz bestimmt. Ähm. 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 Nomm. 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 Machen wir erstmal das hier. Bewaffnung und so. Ist jetzt so. Ja. Erstmal. Zweitlang ich wollte. Ich werde eh nicht so viel Schaden machen. Wenn ich ehrlich bin. So. Hi Mädels. Hallo. Hi. Na. Wir kennen uns noch. Oder. Ich. Äh. Ich. Nehme dieses infernalische Gekreische und Gegrunze mal als Ja. Komm die. Yay. Komm. Nimm ich. Äh. Leiter. Hier. Nö. Wo war die Leiter. Ach hier. Da war sie. Ja. Kommst du. Bist du immer noch so dumm. Hey. Du hast dazugelernt. Fair ist das jetzt mal nicht. Na. Ja. Dann halt nicht. Dann häng halt einfach da oben. Ist doch mir egal. Mach doch was du willst. Ich bin nicht dein Boss. Äh. Ich bin ihr Boss. Oder naja. Mehr oder weniger. Ja. Ich muss echt sagen. Es ist weicher. Und nein. Nein. Das Geruckel. Das ihr hier gerade seht. Das hat nichts mit den Frames zu tun. Sondern das ist. Weil ich hier die Leiter runterrutsche. Eine Plunging Attack. Plunging. Das heißt. Plunging Attack. Ich weiß doch. Ich weiß doch. Ja. Hallo. Ach. Es funktioniert immer noch alles so gut. Ah. Ist was gestorben. Ah. Ist was gestorben. Ah. Ist was gestorben. Halt Schade dabei. So. Da stirbt ein Haufenzeug. Und. Ich werde diese Seelen vermutlich nicht behalten. Hey. Bitte blute mich nicht voll. Ich weiß wo du überall warst. Ich hätte vielleicht vorher die Heimkehrknochen mitnimmst. Ach. Egal. Was sind schon die paar Seelchen? Nicht? Schon, ne? Wen denkst du denn? Ach, den Riesen. Meine Güte, bist du blöd. Ich weiß, die ist von mir. Die muss so. Hallo. Knuff. War hier nicht irgendwo. Aber natürlich, hallo. Geht der Trick noch? Selbst dieser Trick geht noch. Weil wenn man immer wieder die Waffe equippt und also halt quasi zweihändig und dann wieder einhändig nimmt, dann nimmt die Ausdaueranzeige oben weniger schnell ab. Praktisch. Oh. Hurray. Wie werde ich etwas overpowered vom Anfang des Spiels? Das, meine lieben Damen und Herren und verehrten Zuschauerinnen und Zuschauer, sehen Sie hier. Alles ohne Großtamtam. Es regnet gerade wie die Hölle. Ähm. Ähm. Ich muss kurz. Verfolgt mich was? Ich bin sofort wieder da, weil ich muss mich um dieses Geräusch kümmern, weil das würde mich sonst etwas belasten. So. Sie hören das. Es regnet. Fenster zu. Sehr professionell. Aber hey. Äh. Ihr habt es wenigstens. Scheiße. Live. Aua. Live miterlebt, wie ich das Fenster geschlossen habe. Ist doch auch schön, Mann. Das ist jetzt so viel persönlicher. Jetzt sind wir jetzt verheiratet, ja. Ähm. Ähm. Aber es ist gut, dass es regnet. Es ist mir für meinen Geschmack viel zu warm gewesen. Hallo. Nö. Ich, äh. Möchte hier nur kurz mal eben durch, ja. Also. Ich bin auch gleich wieder weg. Versprochen. Trinkt mal. Genau. Ein Schlückchen. Zum Erholen und für die Schönheit und überhaupt. Dann dreht euch mal bitte. Die Schneide. Aua, 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 aua. Ist vollkommen egal. Normalerweise wäre meine Route jetzt nämlich gewesen. Äh. Darunter. Und dann. Äh. In die große. Regen. Hört ihr das? Also so ein bisschen. Ja, ne. So ein bisschen. Scheiß drauf. Ist mir egal. Ähm. Ja, also meine normale Route wäre gewesen. Darunter. Äh. Den Krams hier sammeln. Das ich jetzt hab. Ne. Also hier. Klamotten und so. Schneide. Hab ich mir mitgenommen. Weil. Ist ne ganz gute Stärkewaffe. Und sie klaut, äh. Lebenspunkte. Wenn man damit was killt. Und ich hab damit noch nicht so würdig gespielt. Hätt vielleicht mal Interesse dran. Entweder sie taugt was. Oder sie taugt nix. Und. Äh. Wir fallen jetzt nicht ins Loch. Wir gehen jetzt den ganzen Weg nochmal. Und vielleicht sogar nochmal. Wenn es richtig scheiße läuft. Aber hey. Es ist Part 1. Vorbereitung, ne. Ist. Die Mutter der Porzellanwiese. Oder wie der so heißt, ne. Ja, ja. Der alte, der labert wieder scheiße. Ich weiß. Du schämst dich für mich. Ich weiß. Aber dir ist das egal. Du bist ja eh. Mit 8 Intelligenz. Nicht so von der Sonne beschienen. Leider. Aber naja. Ähm. Nun denn. Nochmal diese Route. Und hey. Für die, die jetzt neu eingeschaltet haben. Also. Hi. Ihr. Schön, dass ihr da seid. Freut mich wirklich. Ich hoffe, ihr fühlt euch wohl. Äh. Müsst ihr euch dann gewöhnen. Und ich bin manchmal ein bisschen komisch drauf. Aber. Gewöhnt man sich dann. Oder man gewöhnt sich nicht. Und dann. Hm. Wird man vielleicht nicht lang Freude aneinander haben. Aber vielleicht ja doch. Mal schauen. Hey. Äh. Ihr lernt hier wenigstens sogar noch was. Das ist wie. Löwenzahn TV. Nur in Lordren. Und mit so dicken. Leuten mit Säcken auf dem Kopf. Und ohne Peter. Lustig. Aber hey. Dafür haben wir Maya. Spassig. Nein. Du heißt nicht Maya Spassig. Du heißt einfach nur Maya. Hm. Also sieh hier, ne. Und warum ich sie manchmal so komisch anrede. Denn nicht wundern. Das kam in dem Dark Souls 1 Voxo. Damals im Original Voxo. Also nicht dem hier. Sondern vom Original Dark Souls. Äh. Kam halt so diese. Diese Thematik auf. Dass sie ja eigentlich rein theoretisch sogar meine Art Tochter sein können. Weil ich erstelle die. Und die ist schon ewig dabei. Und überhaupt. Dann. Gefiel mir irgendwie die Thematik. Weil es so herrlich schön schräg war. Und ja. Das habe ich irgendwie beibehalten. Also nicht wundern. Das ist ganz normal. Huch. So. Flupp. Hast du jetzt gerade echt Fall Damage genommen? Na dann heil dich mal. Hey. Da ist die Heilung. Da war die Heilung weg. Okay. Wir haben unsere Klinge. Das ist schon mal schön. Das ist schon mal sehr schön. Ah. ein bisschen tricky. Aber müsste man eigentlich hinbekommen. Und zwar. Hier jetzt. Rollen. 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 Aua. Das. Ja. Sollte eigentlich nicht passieren. Aber Herrgott. Es ist passiert. Ähm. Weiterlaufen. 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 Dann. heilen wir uns mal eben. Plankenschild. Das ist scheiße. Hier ist eine geheime Wand. Dann haben wir hier eine doppelte Menschlichkeit. Die ist ganz praktisch. Und da haben wir mal drauf. Und da ist noch eine geheime Wand. Und jetzt geht's auf. in. Die große Leere. Da da. Da da. Und so. Schaut gut aus. Ich finde das schön. Ich meine klar. Der Boden ist. Im Endeffekt ist alles nur so tapetig natürlich. Aber. Vom Aussehen her. Es ist echt schön geworden. Und es ist halt. Dark Souls Remastered. Das ist was für Neueinsteiger. Und halt einfach die. Die das damals mochten. Dich werde ich nicht entzünden. Warum werde ich jetzt nicht entzünden. Weil. Ich sonst zu diesem Läuftfeuer kommen. Und das wäre suboptimal. Ich will hier nicht mehr. Ui. Hinkommen. Jawoll. Clarency Ring. Was macht der Clarency Ring? Beschleunigt die Ausdauererholung. Heißt. Flatsch. Und voll. Das ist praktisch. Hm. Wo bin ich denn nun? Aber dennoch. Wenn wir schon mal hier sind. Ist vielleicht gar nicht mehr so unpraktisch. Ich versuche mal was. Wenn mich die Kamera jetzt nicht killt. Ha. Fällt mir gerade ein. Ähm. Optionen. Wandmeidung. Aus. Sonst sollten solche. Bösen Dinger hier nicht mehr wieder passieren. So schwenken sie. Wischen so. Oh. Oh mein Gott. Oh. Hups. War das. Ich auch. Entschuldigung. Ja. Ne. Das wollen wir hier nicht. Dass die Kamera mir das Genick bricht. Und weiter geht's. Erster Part. Und so will die Fliesel nicht passieren. Ich weiß. Aber hey. Ihr habt jetzt schon mal ein bisschen was von der Welt gesehen. Und ich muss sagen. Klar. Wenn man so seitlich drauf schaut auf die Wand. Ist es ein bisschen sehr texturarm. Aber verdammt. Von vorne schaut das echt gut aus. Und hey. Es kostet ja nicht so viel. Na. Ja. Man wäre schon ein bisschen Arsch. Klar. Ich hätte mich auch über den Dark Souls 1 mit der Engine von Dark Souls 3 gefreut. Bei Gott. Hieß es ja anfangs auch. Aber. Da wurde ja nichts draus. Auf der anderen Seite. Na dann halt nicht. Es ist Dark Souls 1. Ich werde es dennoch kaufen. Ich mag das. Fuck you all. Was ist das? Ah. Kann ich brauchen. Was gibt es hier noch Schönes? Gibt es hier was Schönes? Gibt es hier etwas was mir gefällt? Was mir gefallen will? Weil ich meine wenn ich jetzt schon mal hier bin. Komm. Ah. Wir lassen uns mal steinigen. Wir lassen uns mal steinigen. Weil ich muss ja eh wieder hoch. Und wenn dann fährt ich mehr wenigstens mit Stil. Kennt von euch eine hier lebende Sprite? Also den Film? Ja. Kennt das jemand? Pass auf. Dann. Ne. Wenn Jehova gesagt wird. Wird er gesteinigt. Pass auf. Maja. Sag mal Jehova. Jehova. Gesehen? Funktioniert. Nochmal. Jehova. So läuft das hier. Also okay. Das wäre jetzt unnötig gewesen. Weil ne. Über jemanden drüber. Der eh schon Boden liegt. Aber egal. Vielleicht hat er einfach nur Spaß. Hat einen schlechten Tag. Jetzt geht es ihm vielleicht besser. Äh. Ja. Er guckt jetzt im ersten Part jemanden zu. Wer eigentlich nur am Verrecken ist. Und seine. Ganze scheiße Zusammensucht. Die jetzt braucht. Um im nächsten Part so richtig durchzustarten. Aber ey. Wie gesagt. Ne. Mutter Porzellanwiese. Und ich weiß gar nicht. Was ich vorhin mir gesagt hab. Ja. Aber Gott sei's gedankt. Ich hab Dark Souls Remastered. Will ich. Einige Tage früher erhalten. Gott sei Dank. Und ich kann vorher aufnehmen. Das erspart mir sehr viel Stress. Das ist fein. Endlich mal. Hör auf für mich zu beten. Dankeschön. Ist lieb. Aber nein. Das. Ne. Das muss ich nicht haben. Nicht von dir. Weil. Du willst mich eh nur wieder zum Glauben bekehren. Und so Sachen mit mir machen. Habt ihr schon gesagt. Sollant du deine Beine unter meinen Tisch trägst. Ne. Dann. Hör mir auf. Ich mit einem Sekten gequatsche. Hier von der fliegenden Spaghetti Nudel. Oder wie heißt. Ja. Ich rede mit Maya. Soll vorkommen. Ich hab hier ja sonst niemanden. Mit wem will ich denn reden? Mit dem Drachen da vorne? Ne. Der stinkt. Aber er sieht gut aus. Er sieht so gut aus. Und tot. Das war jetzt aber wirklich der letzte Tod vorerst. Versprochen. Versprochen. Ähm. Ich sollte das nicht versprechen. Bisschen Himmel in Dark Souls. Aber hey. Ähm. Ja. Ich werde versuchen mich dann zu halten. Dass dies jetzt vorerst der letzte Tod war. Ähm. Ja. Verbesserung. Ähm. Man kann mehrere Sachen auf einmal nutzen. Ein Traum. Aufsteigen. 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 Na ja. Kindchen. Wir sind ja noch nicht fertig. Zauberei hätte ich theoretisch nicht skillen müssen. Aber. Ja gut. 12 ist gar nicht mal so schlecht. Also passt schon. Besser mehr Beweglichkeit vom Anfang. Schneide kann ich eh nicht führen. Ist nicht so schlimm. Kann ich das Astorash wird. Ich hoffe ne. Bestimmt ja. Ist doch ne Gläubige hier. Und im roten Röckchen schaut sie gleich sehr viel besser aus. Und es sieht echt gut aus. Damals im Original war das so krätzig rot. So richtig so kräftig rot halt einfach. Aber hier ist so richtig schön dezent und so. Verdammt. Schaust du gut aus. Wenn du nicht so ne total durchgekogelte Bratwurst wirst. Das können wir aber auch ändern. Mach dir mal schick. Wir sind hier on cam. Muss gut ausschauen für die Leute. Kannst du hier nicht rumlaufen hier. Wenn du jetzt ne. Weiß schon. Wenn du dir die Lebe. Schick. Wenn du dir die Seele aus dem Leib geschissen hättest. Wollte ich sagen. Aber hey. Kann man sehen lassen. Passt schon. Hi. Ich hab gehört ihr habt so einen kleinen privaten Club. Ich sollte dir bald mal einen Helm aufziehen. Das ist jetzt nicht böse gemeint. Du bist schon hübsch ja. Aber ich glaube ein Helm würde deutlich besser stehen. Übrigens schöne lila Augen. Ich hab sie mal wieder toll hinbekommen. Ich weiß. Schelle. 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 Ich will deine Bestehungsgelde hier nicht. Gib mir dein Eid. Ja. Ja. Oh Gott. Ja. 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 Gib mir mal die Gestel. Oh ja. Meine geliebte Schulterzucken Animation. Bin wieder da. Ja. Ich komm wieder. Ja. Aber das was du willst ist mir egal. Lass mich in Ruhe. Ähm. Schulterzucken. Äh. Du musst nicht beten können. Ich mag ja das hier. Das ist sehr viel geiler. So. Nein. Nicht das. Das ist Schulterzucken. Genau. Ah. Perfektor. Ähm. So. Dann. 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 Wenn wir schon mal hier sind. Wie viel Damage machst du gerade? 183. Oh. Das ist ganz okay. Seele. Seele. Äh. Hier rein. Das ist der Aufzugsschacht. Hier ist nämlich die geheime Tür. Kommen wir hier raus bei ganz vielen tollen Kisten. Heimkehrknochen, den hätte ich vielleicht vorher gebraucht. Talisman Morgenstern brauchen wir nicht. Dann haben wir hier Geborserode Augäpfel. Sehr schön. Und das, da müssen Lloyds Talismane sein, richtig? Äh, erinnere ich mich recht? Ja. Ähm, also ich will ja jetzt nicht der sein, ne? Der hier ist sowieso. Sag mal! Du weißt auch aber hier, ne? Das Treten, das bringt dir hier nicht viel, ne? Sollst du dich abgewöhnen. Schöne ist, die Astora-Kling ist eine heilige Waffe und heißt, die hält diese Skelette tot. Was will der Mann jetzt von mir? Sind die, die nicht tot? Naja, normal nicht. Normal beleben die sich nämlich jetzt wieder. Mach jetzt keinen Sprungangriff. Sei nicht uncool. Niemand mag diese Skelette, die hier immer... Ne? Du willst nicht dieses Skelett sein. Ja, ich hab Spaß. Ihr merkt so. Es macht mir Spaß. Und was hab ich vergessen? Aua! Hey, nicht Purzelbaum, ja? Purzelbaum ist kacke. Ich hab meine Heimkehrknochen vergessen zu equipen. Aber hey, das ist jetzt noch gar nicht so... Oh doch, das ist schlimm. Komm ich? Ja, nein! Nein! Ja! Nein! Doch, wir haben es überlebt. Oh nein, Sackgasse. Oh oh. Oh oh. Autschi. Und ich Dödl hab mich jetzt erstmal wiederbelebt. Sprach er vorhin noch, ne? Wir werden jetzt nicht mehr so schnell den Tod erleben. Ich habe gelogen. Das war Absicht. Ja. Hab vergessen. Das ist... Das ist... Das ist wieder diese Gewohnheit. Weil damals, wenn du ein Gegenstand gesammelt hast, dann ist er direkt hier in deine Stellauswahl gegangen. Sprich, Estusflakon, Heimkehrknochen. Wir haben das jetzt nicht gesehen. Ja, und ich kann mit dem Zeug um mich schleudern. Ich hab's ja. Ich werde auch viel davon haben. PvP und so. Aber... Auf die Seelen, das ist mir ganz ehrlich, das ist mir egal. Wir fangen jetzt endlich mal an hier. Gleich. Es ging nur darum, dass ich hier den Gegrüße dahinten sammle, weil da ist dieser lecker Zweihänder dabei. 24 Stärke. Das Ding braucht genauso viel, ne? Das braucht sogar noch mehr Anforderungen. Leck mich doch am Arsch. Wie sehe ich denn aus? Hätte ich aus wie jemand, der viel Seelen hat? Ja, ja. Hier vom Leuchtfeuer aus, da, gehen wir jetzt hier hoch. Hallo. Ey. Das war uncool. Mach das nicht nochmal. Der hier wollte tot sein. Ah, du. Den krieg ich nie hin zu partieren. Ist echt schlimm. Gehen wir mal hier rüber. Hier lang. Und hier lang. Und hier einen Ring der Opferung. Was willst du denn? Du bist suboptimal hier platziert. Stirb. Oh, da war es gedroppt. Willst du so ein schönes Hemdchen tragen? Ne, das sieht echt behindert aus. Hör auf, Kacke von da oben zu schmeißen. Nein. Komme ich jetzt aber hoch hier. Hat was gedroppt? Hat was gedroppt. Bleib da. Geh mir da ein Loot. Lindentuch. Wahnsinn. Okay. Aber jetzt ab hier soll jetzt wirklich ernsthaft nicht mehr so viel mit Toten passieren. Hoffe ich. Mach mal leuchtend. Genau. Würde ich mal sagen. Stadt der Untoten. Das war ein Astreiner Perry. Dafür hast du es verdient zu verrecken. Funktioniert das noch? Ja. Es funktioniert. Doppelte Menschlichkeit, richtig? Nein, eine normale. Ja, das ist auch gut. Ja, das ist auch schön. Ey, da regnet es schon wieder. Sehr furchtbar. Aua. Du backstabst ja nur alle. Ja, warum? Es ist effektiv. Ihre Schwachstelle ist, wenn du sie zum Krüppeln machst. Was haben wir denn da? Schönes. Ah, Seele. Okay. Ja, mein Gott. Ich weiß, es regnet. Es klatscht mir echt wie Sau gegen das Fenster. Ja, schlimm. Und. Schaut gut aus. Schaut dich gut aus. Muss man ihn lassen. Ich bin kein Fan von ihm, aber es schaut gut aus. Haaaah. 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 Hm. Hui. Schick. Man kann da durchgucken. Schaut gut aus. Hallö. Mach mal weg. Hallö. Mach mal weg. Tschüss. Da drüben, wenn ich aber da durchgucke, kann ich die Texturlosigkeit des Raumes da drüben erkennen. Das ist nicht so schön. Das hätte man besser machen können. So. Hi. Hallo Arschloch. Nee, nee, nee. Ja, du mich auch. Ähm. Ähm. Ich hätte gerne. Äh. Ich hätte gerne. Oh, er verkauft getrocknete Finger. Schön. Das ist neu. Das hatte damals nicht. Äh. Anwesensschlüssel hätte ich gerne. Dankeschön. Wissen, Schatz. Äh. Oh mein Gott. Was machen wir denn jetzt hier? Danke, Kind. Gibt's nicht, ne? Ähm. Hat er gerade einen Anruf. Aber egal. Ähm. Ja. Ich würde aber dennoch sagen, hier, ähm. Ja. Hier ist ein guter Punkt, um den Part hier zu beenden. Ich sag dann mal Dankeschön fürs Einschalten. Und wir sehen uns im nächsten Part bei Dark Souls 1 Remastered wieder. Hoffe ich doch. Ja. Ansonsten, lasst es sich gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.